Peace Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Heute präsentiere ich euch Inklusionsgefahr, doch... Who the fuck ist eigentlich Inklusionsgefahr? Eigentlich ist Inklusionsgefahr nur eine Theatergruppe, aber eine mit einer krassen Message. Aber erstmal zur Frage, was ist überhaupt Inklusion? Ihr müsst euch das so vorstellen. Inklusion ist ein Zusammensein von verschiedenen Types of Menschen, Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Background, Religion, Behinderung spielen keine Rolle. Achso, du meinst Integration. Nein, es gibt die Exklusion, Separation, Integration und Inklusion. Exklusion bedeutet Ausschließung und Ausgrenzung. Separation bedeutet Trennen, Absondern und Abspalten. Integration ist der eingegrenzte Einschuss, zum Beispiel Ghetto-Bildung. Inklusion bedeutet, alle sind cool miteinander und keiner holt sofort ab, wenn ihm etwas nicht passt. Warum eigentlich Inklusionsgefahr? Tja, weil die normales Angst vor Menschen haben, die anders sind. Darauf mit Inklusionsgefahr aufmerksam. Dafür machen sie Theater, Comedy und Kabarett. iera, rua, rua, rua. Applaus Vielen Dank.